hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von no one survived es begrüßt euch milena und schön dass ihr wieder mit dabei seid okay bevor ich hier anfange zu bauen habe ich mir überlegt ich schaue mir mal das andere gebäude an hier gibt es nämlich noch ein etwas größeres gebäude dafür muss ich allerdings ein bisschen was loswerden vorher dann kann ich nämlich auch direkt material mitbringen okay so den muss ich jetzt erst mal oder sind direkt zwei das ist ja unpraktisch jetzt so ein bisschen vor allen dingen wenn ich einfach meine feine verschießen perfekt mal gucken ob ich ein bisschen was wieder bekomme okay der ist gerade wieder auf dem rückweg es wird schon ein wenig dunkel dabei ist es noch relativ früh aber das finde ich eigentlich ganz geil also ich hätte hier genug ressourcen erst mal um mir hier ein bisschen was aufzubauen da hinten ist auch noch irgendwas riesiges habe ich aber glaube ich auch auf der map gesehen habe dieses gebäude ist mir hier einfach zu erschlossen ja dann ist halt auch die frage kann man dort drinnen überhaupt bauen kann ich ja eben mal ganz schnell reingucken lieben komme ich dann sowieso später ganz schön laut hier okay so ich gucke mal eben würde nämlich auch nicht gehen hier überall auch nicht okay dann ist der platz da hinten noch vielleicht ganz perfekt für mich heißt werde jetzt anfangen hier zu bauen werde ich den eingeladen viele pfeile habe ich noch vier okay das sollte eigentlich hinhauen genau ich mache das einfach so wie ich das gerade gesagt habe ich werde einfach davor fundamente machen aber jetzt erst mal provisorisch auf die schnelle im bett dort rein und das dann schon mal hierhin bauen damit ich hier vorne wenn irgendwas ist und wollte ich noch mal eben kurz gucken aufmachen kann man das hier alles nicht nein okay perfekt und ich habe vor allen dingen auch erst mal richtig viel lagerraum das gefällt mir auch richtig gut so also bitte ein bett keine ahnung wie rum einfach mal so okay also stärker brauche ich dann jetzt auf jeden fall noch da werde ich direkt mal diese sachen hier wegzimmern man hier mit eigentlich auch noch irgendwas machen sieht natürlich nicht so schön aus aber egal war mir hier schon irgendwas nettes hin und ich brauche dann auf jeden fall noch einen werkzeugkasten aber den sollte ich hier ja wohl irgendwo finden denn ich muss ja auch meine werkbank hier wieder hin bauen ich glaube es ist auch gar nicht so verkehrt wenn man so überall ein bisschen was von allem hat also überall so kleine plätze wo man sein stuff verteilt hat zumindest ein bett und eine werkbank und ein lagerfeuer wenn ich jetzt nämlich dort hinten zurückgehe dann könnte ich dort schlafen mir ein bisschen wasser abkochen das muss ich ja hier dann auch gleich machen so und als nächstes werde ich mir dann auf jeden fall schon mal eine tür dahin bauen vorsicht kleiner tipp von bäumen kann man erschlagen werden habe ich gelesen ich werde direkt mal kleinzimmern schon was mitnehmen okay perfekt so hier gefällt mir das richtig gut hier bin ich ein bisschen zentraler gelegen ich habe hier zwar jetzt kein spot wo ein fahrzeug jetzt finde den weg dahin wo ich gerade her gekommen bin aber ehrlich gesagt auch nicht so weit so respawn punkt gesetzt als nächstes so das sieht doch schon mal ganz gut aus dann werde ich jetzt hier eben noch mal ein feuer platzieren so dann komme ich mir noch ein bisschen wasser ab so und mit diesen drei flaschen sollte ich jetzt eigentlich fast gar kein problem mehr haben kann mir hier immer die komplett voll machen das wasser abkochen und dann kann ich auch richtig große looptouren schon machen als nächstes werde ich mir auf jeden fall warum ist das verbrannt okay das kann also einfach zufällig passieren jetzt habe ich doch aufgepasst die ganze zeit ärgerlich oder das war weil das fruchtfleisch war das kann natürlich auch sein oder man darf es nicht zusammen machen wasser und eine dose es kann natürlich auch sein eine ahnung habe ich habe etwas zu essen so dann hole ich eben noch mal wasser aber perfekt guck mal hier gibt es sogar eine treppe runter das ist doch wunderbar das einzige was hier wahrscheinlich stören wird ist dass die die ganze zeit die zombies spawnen aber das finde ich jetzt nicht so wild eigentlich könnte ich das jetzt auch noch trinken dann ist das voll und ich kann mir direkt noch mal wasser mitnehmen perfekt absache das feuer brennt gleich noch so jetzt noch eine sache die flasche ist nämlich schon fast kaputt das reparatur werkzeug kann man nicht zufällig dafür benutzen einigen dafür habe ich wahrscheinlich keine tabletten okay gut ich habe mich jetzt eigentlich ziemlich sicher gefühlt wo ich gesehen habe dass die flaschen doch relativ schnell kaputt gehen okay ich lege mich jetzt erstmal schlafen okay so dann werde ich jetzt erstmal den stuff hier lassen oh hier gibt es auch was zu essen eine erdbeere das ist ja perfekt die kannst du dir ja direkt mal rein dollern ein bisschen fleisch gibt es hier ein bisschen was getrocknetes das kann eigentlich direkt hier drinnen bleiben dann wird das hier meine medikamenten und meine lebensmittel kiste und dann kann ich gleich auf jeden fall eine loot tour machen hier lege ich dann das ganze holz ab und ich hoffe dass ich hier dann noch ein werkzeugkasten finden was ich ja jetzt auf jeden fall noch brauche unbedingt ist ja auf jeden fall die werkbank so jetzt steht dem basebau nichts mehr im wege aber vorher noch meine kleinigkeit ich habe jetzt doch nochmal von vorne angefangen deswegen habe ich auch ein paar andere sachen am start unter anderem habe ich statt der spitzhacke gefunden den vorschlaghammer aus stahl außerdem den stahlhammer ich kriege auf jeden fall gleich besuch irgendwo knurrt es ansonsten bin ich eigentlich fast so weit wie auf dem anderen spielstand außer dass ich mir dieses mal und da wo ich her gekommen bin schon einen werkzeugkasten mitgenommen habe einen rucksack habe ich dieses mal direkt gefunden das war total witzig es war glaube ich in fast jedem kofferraum waren rucksäcke drin also ich habe dort in der base jetzt einen schwarzen rucksack grün rucksack ja da konnte ich mir jetzt einen draus wählen dann noch etwas wird das leiser oder lauter ich glaube leiser dann ist mir noch etwas aufgefallen als ich hier denn schon direkt angefangen habe blanken herzustellen und ein bisschen material zu kraften und zwar bekommt man das level ab ach so ich habe übrigens noch keine hose gefunden man bekommt das level ab nur für die produktion hier was hier passiert wenn man das hier einstellt im moment nur wenn man das hier geöffnet lässt vermutlich ist es genau dasselbe dann auch mit dem essen außerdem der grund warum ich überhaupt angefangen habe also man kann ja hier diese zombie angriffe an machen weiß gerade gar nicht wie das heißt zombie wellen horden ich habe die allerdings von sieben tage auf zehn erhöht das bedeutet ich habe jetzt noch sechs tage um mir hier so ein bisschen provisorisch was hier hin zu bauen und habe damit auch schon angefangen allerdings muss ich jetzt erst mal die zombie hier suchen der ist sogar noch so gemütlich gegangen und ich habe den nicht mal erwischt das ist aber auch eine feilverschwendung hier also ich habe halt gedacht das ist ganz praktisch mit der werkbank dass man also mit dem verarbeitungstisch dass man das einfach dort drinnen lässt und das ist es natürlich auch aber ich will natürlich auch meinen charakter level ich habe auch diesmal andere bücher also mein nut ist wirklich komplett anders außer dass ich glaube ich witzigerweise wieder genau dieselbe jacke gefunden habe es wird also langsam dunkel also mache ich jetzt im schnelldurchlauf weil wieder etwas und zwar habe ich jetzt noch zwei fundamente dazu gebaut würde jetzt aber gerne als allererstes mal diese angespitzten holz fehler einmal fertig machen ich würde nämlich gerne mal austesten ob ich mir selber damit auch wehtun kann denn ich könnte mir gut vorstellen wenn ich die hier überall rum baue also vorerst bis ich mich entschieden habe wo meine base denn überhaupt hin soll also ob die tatsächlich ihr komplett vorgebaut werden soll oder ob ich nicht doch lieber hier bauen möchte wäre ja auch eine super aussicht dass ich hier dann rein springe und hier halt so ein paar von diesen angespitzten holz fehlen inbauen werde war jetzt erst mal etwas gegen die dunkelheit und zwar einmal hier hoch ballern denn so früh muss man sich hier gar nicht schlafen legen und ich finde das ist hier eigentlich ziemlich nice also es ist nicht so milchig und dann werde ich jetzt ein bisschen material sammeln und das dort mal fertig bauen okay die baumstämme hätte ich schon mal jetzt fehlen hier zumindest noch die planken hier fehlen doch noch ein paar baumstämme aber wie viele habe ich denn jetzt noch übrig genau acht stück ich wollte nämlich jetzt den wagen auch fertig bauen oder fehlt mir aber noch ein bisschen was aber bevor ich mich schlafen lege obwohl ein bisschen geht eigentlich noch und probiere ich das jetzt hier erst mal aus ja okay viel nein nicht viel aber wenn ich jetzt hier hoch springe halt die frage wenn ich komme mir nicht mal rüber gesprungen aber ich glaube ich mache die trotzdem hier überall rum muss ich mir halt irgendwo ein eingang lassen so dann wäre dieses hier praktisch der einzige eingang und wenn ich das ganze dann noch doppelt mache wissen die ja hier über zwei barrikaden rüber ich habe keine ahnung also ich werde es auf jeden fall versuchen ich habe ja noch ein paar tage zeit hier brauche ich noch planken was habe ich jetzt gerade überhaupt im inventar gar nichts wichtiges mehr okay hier fehlt mir halt noch die tür das wäre halt noch ganz geil die habe ich jetzt komplett vergessen weiß auch gar nicht wie lange die jetzt tatsächlich halten würde so dann mache ich eben noch ein paar bretter so hier hat man das jetzt gerade gesehen fähigkeit ist angestiegen werde das gleich mal schließen wenn der balken hier kurz vorm durchlaufen ist also jetzt jetzt müsste er fertig sein und zumindest bekomme ich keine benachrichtigung darüber natürlich sein dass sich das still und leise trotzdem levelt weiß ich halt gerade nicht so genau okay ach so was übrigens noch anders ist ich glaube nämlich das zählt man immer ab tag eins bin schon mal gestorben mit dem anderen charakter ich habe nämlich gesehen im anfangsgebiet das habe ich in den ersten folgen komplett übersehen da steht nämlich ein brunnen und da habe ich einfach daraus getrunken hätte ich mal lieber nicht machen sollen ja denn daraufhin habe ich mich mit irgendwas infiziert ich habe keine ahnung was es war auf jeden fall nur das und einige zombie begegnungen ohne gute ausrüstung das hat nicht lange gedauert gut ich werde mich jetzt schlafen legen vorher muss ich allerdings die helligkeit wieder herunterstellen so perfekt guten morgen planke holzstock sollte ich hier eigentlich alles drin haben so bin ich zumindest schon mal etwas geschützt hoffe ich ich weiß es ja nach wie vor nicht so rauskomme ich hier zum glück auch so im moment jetzt muss ich halt auch immer die tage im auge behalten habe mir gedacht es wird vielleicht später denn doch irgendwie langweilig für mich und man kann es halt leider nicht umstellen während man spielt deswegen wollte ich jetzt lieber nicht mehr so lange darauf warten in diesem stahl vorschlaghammer übrigens habe ich auch kupfer abgebaut hast ich habe zwar keine spitzhacke aber ich habe das einfach komplett zerkloppt so mal gucken was hier so drin ist wenn auf jeden fall eine hose gebrauchen ziemlich viel loot für so einen kleinen schrank so weiter geht es im briefkasten nicht so völlig auch was für mich drin jetzt muss ich mir einen weg suchen zur nächsten hütte aber auf jeden fall jetzt schon richtig viele bücher mittlerweile nur lesen kann ich sie leider noch nicht ach wie süß ist aber noch so ein schrank so ok perfekt hey da gab es einfach noch mehr bücher allerdings und keinem band 1 dann werde ich mal eben den staff wegpacken und dann geht es mal rüber da zu dem anderen gebäude ok diese salve hier die macht leben plus 20 und das erste hilfe set macht leben plus 45 das behalte ich natürlich direkt was ich jetzt auf jeden fall nicht gefunden habe ist noch eine weitere flasche ich hoffe da werde ich halt drüben jetzt noch fündig und ich glaube das war es dann auch schon für diese folge ich habe halt so eine schlechte übersicht wie lang die eigentlich immer werden möchte die aber auch nicht zu lang machen das ist ein qualmendes auto bedeutet das könnte ich reparieren allerdings hätte ich gerne ein pick-up wobei mir eigentlich gerade gar nicht mal so sicher bin ob das hier überhaupt ein unterschied macht ja denn der kofferraum sieht eigentlich genauso groß aus denke mal ich werde auf jeden fall noch auf andere fahrzeuge treffen da wo ich jetzt gespawnt bin da was übrigens jetzt gerade auch dasselbe auto also das stand auch kein pick-up so was haben wir hier diese hier noch irgendwas nein schade einfach irgendwie so eine hafenbar oder so noch eine kleine haushaltsbatterie und einfache teile davon habe ich jetzt schon richtig viele deswegen bin ich eigentlich guter dinge dass ich den haaren jetzt bald fertig bekomme lecker hundefutter okay also so viel gab es hier gar nicht beziehungsweise doch eigentlich schon also ganz viel von dem selben stuff gab es hier da ich ja so viele kartons habe wo ich das alles hinpacken kann nehme ich das auf jeden fall auch schon alles mit und es sieht irgendwie total nett aus hier ich könnte eigentlich auch mein haus wenn das spiel es erlaubt ne kann ich nicht okay finde ich halt ein bisschen komisch manchmal kann man darauf bauen manchmal kann man nicht darauf bauen so okay hier kann man auch nichts mehr looten davon ist auch nur so ein unterstand ich glaube dann habe ich alles könnte halt sein dass das doch glutet werden kann also diese kisten hier ne auch nicht schade so dann werde ich jetzt den karren noch fertig bauen so das hätte ich schon mal deine baumstimme mehr im inventar ach hier waren es auch nur noch baumstimme okay könnte ich ja jetzt eigentlich mal tauschen ich habe übrigens endlich die taste gefunden der ich das alles so übertragen kann und das nicht mehr hin und her ziehen muss oh perfekt jetzt muss ich hier auch nicht mehr rumspringen das ist doch mal mega und jetzt wird auf jeden fall auch der karren mitgehen allerdings habe ich oh bitte wie geil ist das denn wie nutze ich das f verwenden okay mega geil also ich kenne das ja von miss survival da ist es auch so einfach gelöst mit einem handkarren und hier ist es ebenso einfach mega geil und dann einfach auf f wieder loslassen ja ich liebe es selbst zum holz holen ist das ja total genial könnte ich jetzt einfach voll laden und wieder zurückziehen ich könnte mir theoretisch auch noch einen zweiten machen und einen für holz nehmen zum basebau und einen auf jeden fall zum looten muss ich aber mal gucken wofür ich die teile halt noch brauche so ohne sekunde bevor ich ausmache und das wieder vergesse hatte ja noch ziegel so im technologie baum kann man ja mit ziegeln hier noch etwas anderes freischalten ohne dass man irgendwo was gelernt hat wobei könnte sein dass ich das auch mittlerweile habe muss ich gleich mal kurz gucken das kann ich auf jeden fall jetzt machen so und er braucht ne habe ich leider gar nicht dafür müsste ich wahrscheinlich den hier erstmal fertig bauen ist eigentlich auch machbar steinton baumstamm ist halt die frage wo hier in der nähe jetzt ton wäre kann ich ja direkt als nächstes mal anpeilen dann wollte ich hier nochmal reingucken ich habe nämlich schon viele einfache teile mitgenommen elektronik band 1 würde ich nochmal lesen und medizin band 1 würde ich auch nochmal lesen okay aber als erstes werde ich mich jetzt hier von euch verabschieden hoffe natürlich es hat euch spaß gemacht und vor allen dingen ihr seid auch beim nächsten mal wieder mit dabei schreibt mir gerne etwas in die kommentare ein däumchen denn träumtchen und tschö mit öl und tschö mit öl schreibt mir gerne